Herzlich Willkommen hier bei Battle Bros. Heute gibt es nämlich mal ein Battle. Ist das nicht toll? Und zwar ein Real-Life-Battle mit dem realen Dominic Portion von der Filmlounge. Wir sind nämlich hier gerade in London, in einem wunderschönen Hotelzimmer und schauen uns die X-Men Apocalypse Weltpremiere an. Und im Rahmen dessen machen wir ein kleines Battle. Jawohl. Ein X-Men-Battle. Richtig. Teilweise hier bei Battle Bros, teilweise in der Filmlounge. Also verpasst nicht die anderen. Vielleicht sind auch einige von mir jetzt schon rübergekommen. Oder liebe Battle Bros. Abonnenten, ihr könnt natürlich nachher das Ergebnis, wie es ausgegangen ist, bei uns schauen. Und wir haben uns überlegt, wir haben uns drei X-Men ausgesucht und machen da so drei kleine Wettbewerbe. Man sagt jetzt Challenges. Die jungen Leute sagen Challenges. Okay. Spielspaßt. Wir können, glaube ich, die Kappen entnehmen. Hier ist nämlich eine Magneto-Challenge. Also ich bin ja nicht eingeweiht. Das ist jetzt ein Puzzle. Metallputzle. Und weil wir testen jetzt unsere Metall-Magnet-Fähigkeiten. Sollen wir es mal auspacken? Die Magneto-Challenge ist schneller geklebt. Wir haben hier so ein Knobelspiel aus Metall. Magneto kann mit Metall. Und der krassere Magneto von uns schafft dieses Ding schneller auseinanderzunehmen. Das ist eigentlich alles. Wer das gewinnt, bekommt den Punkt. Ah, like magic. So. Okay, dann sollen wir starten. Auf die Plätze. Fertig. Los. Also da geht es schon mal nicht durch. Das kann jetzt natürlich Stunden dauern. Das soll. Okay. Ich meine jetzt schon. Ah, jetzt pass auf. Ne, passt auch nicht auf. Was ist denn das für ein Schwierigkeitsgrad? Drei von sechs. Oh. Also. Ich verstehe jetzt mal gar nicht. Ich auch nicht. Das geht doch gar nicht. Das kann ja gar nicht gehen. Du kannst jetzt hier gerade so durchdrücken. Wahrscheinlich. Aber wenn ich da bin, da habe ich ja auch nichts von. Dann ist es so rum. Das nachfolgende Internet verschiebt sich um wenige Stunden. Wir haben das, wir sprengen jetzt erstmal das Internet. Ist das ein Telefon, was da wimmelt? Oder ist es mein Spinnensinn, der da klingelt? Kann ich das nicht einfach mit Kraft machen? So. Hast du es jetzt verstanden, dass es geht? Oder hast du es jetzt einfach mit Kraft gemacht? Geht es im Ernst? Ja, ich bin halt Magneto. Ja, okay. Wenn es danach geht, das kriege ich. Aber das ist ja nicht richtig. Ich weiß es nicht. Du darfst es ja nicht kaputt machen. Es ist ja nicht kaputt. Es ist ja immer noch ganz. Oh nein. Vielleicht war das auch einfach nur richtig. Dein Klo klingelt. Dein Klo klingelt. Dein Klo klingelt. Ameriko Carlos. Die haben hier den Genophon liegen lassen. Die Muttraum hat das Telefon hier liegen lassen. Vor allen Dingen, Ameriko Carlos is calling. Take the call? Ja, klar. Hola, Ameriko. Dominik hier, hello. Ja, also ich bin zwar nicht Magneto, ich bin aber ein Charles Xavier. Ja. Ich habe dafür gesorgt, dass hier etwas passiert. Ich lege das Telefon mal hierher. So, weiter geht's. Ich versuche es weiter. Ja, die sehen aber auch, die sind schon alle genau gleich. Ja, vor allem mit zwei ist es, glaube ich, definitiv nicht. Nee, ist es nicht. Denn ich weiß ja immer noch nicht, wie ich das da eben gemacht habe. Ich habe mir das Spiel, ich habe ja selber noch überlegt, ich weiß, dass ich das... Ah, jetzt hast du gemeint. Kann doch auch nicht sein. Kann doch nicht sein. Weil ich habe nichts, ich bin nicht einen Schritt weiter. Ich muss dazu sagen, ich bin so glücklich, dass ich nicht Schwierigkeitsstufe 5 oder 6 genommen habe. Ich dachte, so die solide Mitte. Also okay, Magneto sind wir schon mal nicht. Magneto würde es gefallen. Ich habe den Film ja tatsächlich auch schon gesehen. Ach, du bist ja schon. Ja, cooler Typ. Du willst halt mal in Ruhe gucken, was man machen kann. Ja, mal kurz den Stress rausnehmen und kurz drüber... Falls du noch hast, genau das nicht. Das fände ich. So, also so rum geht das. Es wäre... Ah! Ah! Oh, stark. Jetzt ging es ja auch darum, dass es zusammen... Drop the mic! Drop the mic! Ja, aber weißt du, was das... Ja. Aber weißt du, was das Geile ist? Ich kann immer noch den ganzen Tag weiterspielen. Bei dir ist der Spielspaß vorbei. Oh, okay. Ja, okay. Damit geht der Punkt an Fabian. Yay! Und für die zweite Challenge kann man zwei Punkte holen und in der dritten drei. Ach, auf einmal! So, mein lieber Dominik, was kommt jetzt? Wir hatten Magneto, jetzt kommt Quicksilver und das kann man ja am besten beweisen, wenn man eine verrückte Route durch London am schnellsten absolvieren kann. Verstehe. Sebastian hat eine gute Route für uns ausgesucht. Gute Route! Genau. Und die Orte müssen gesehen werden. Der Piccadilly Circus. Piccadilly Circus. Den Covent Garden, Millennium Bridge, London Eye, Big Ben. Big Ben. Das Ziel ist der Buckingham Palace. Das heißt, die Reihenfolge, die wir nehmen, ist scheißegal. Wir müssen am Buckingham Palace angekommen sein und bei diesen folgenden Orten sein. Piccadilly Circus, Covent Garden, Millennium Bridge, London Eye, Big Ben. Und ja, schauen wir mal. Das ist ja alles gar nicht so weit. Das ist schon eine gute Strecke. Also ich kenne mich ein bisschen aus mit dem Verkehrsmittel. Ja, ich kenne mich gut. Weißt du schon, was du machst? Ich habe jetzt schon so Rute im Kopf, ja. Dann weiß ich auch, was ich mache. Und zwar laufe ich. Im Ernst jetzt? Ja. Das muss ich jetzt sagen. Entschuldigung. Ja, okay, dann mache ich mich auch noch auf den Weg. Auf geht's. Ich habe jetzt auch direkt einen Platz ganz vorne in der ersten Reihe. Hier. Sebastian fährt noch ein Stück mit. Hallo. Also nicht wundern. Und ich glaube, hiermit bin ich auf jeden Fall schon mal schneller als der Herr Siegesmund auf den ersten Metern. Piccadilly Circus ist total easy. Der ist wirklich nur die Straße runter. Dominik ist wahrscheinlich noch da unten drinnen und ich laufe jetzt hier weiter in Richtung Covent Garden. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, sind die ganzen Autos, aber das wird hier auch gerade weniger. Ha, den schlage ich. Station 1 auf jeden Fall schon mal gemeistert. Geht ja flott mit dem Bus. Waren ja nur quasi ein oder zwei Stationen. Da vorne ist jetzt auch direkt die U-Bahn und da geht es jetzt für mich direkt weiter. Hier ist schon Covent Garden. Das heißt, das ging jetzt wirklich viel schneller, als ich dachte. In der Zeit ist der nicht mal unter in die U-Bahn gekommen, schweige denn wieder raus. Also bis hierhin habe ich ihn logger und jetzt hier auch gleich mal Videobeweis. Da, ich bin schon da. Ich sehe ihn auch nirgendwo. Jetzt der nächste Stop wird kritisch. Das ist die Millennium Bridge und das ist schon ein Stückchen weg. Sieht man es hier auf der Karte? Ach, da irgendwo. Wir können es ja parallel googeln. Ich muss jetzt auch weiter. Wir haben hier nur gesagt, dass wir dort gewesen sind. Wir müssen nicht wie, nicht wo. Es könnte am Himmel sein und ich fahre jetzt an Covent Garden einfach nur mal ganz schön mit der U-Bahn vorbei, während ich an mein weiter an mein nächstes Ziel fahren. Das ist natürlich mein Nachteil. Jetzt auf dieser langen Strecke muss ich hier in der Straße lang. Da hinten sieht man schon das London Eye und Big Ben. Das heißt, da muss ich früher später noch hin. Ich muss erst mal über diese scheiß Streiseln über, ohne überfahren zu werden. Ich schreibe hier unten aber extra hin, wo man hinruppen soll. Denn die fahren ja hier alle verkehrt rum. So, und da hinten irgendwo muss dann die 1000-Brücke sein. So, während Fabian jetzt immer noch zu Fuß unterwegs ist, was mache ich natürlich in London und ich nehme die U-Bahn. Jetzt geht es für uns zum Millennium Bridge und ich glaube, da werde ich einen richtig satten Vorsprung rausholen können. Und jetzt entspare ich mich mal ein bisschen. So, geschafft. Und wenn es darum geht, auf dieser Brücke ein Foto zu machen, habe ich den Dominik auf jeden Fall geschlagen, denn auf der Brücke gibt es keine U-Bahn-Haltestelle. Hinten ist übrigens die Tower Bridge. Bin ein bisschen froh, dass wir nicht gesagt haben, das ist ein Ziel. Denn ich muss jetzt in die ganz andere Richtung. Also da hinten, das ist vorhin kurz gesehen, Big Ben und London Eye. Nicht zu wechseln mit diesem London Eye House. Was man auch da irgendwo sieht, heißt auf, das ist beeilen. Wenn man sich in London auskennt, dann braucht man auf gar keinen Fall überall rumrennen, Fabian Siegesmund. Ich kenne die U-Bahn, schnell rüber geflitzt, euch kurz bewiesen, ich stehe auf der Millennium Bridge. Und dann geht es auch direkt schon mal weiter, denn London Eye, ich kann es da hinten sogar sehen. Und das ist auch der Big Ben, da flitze ich jetzt mal hin. Kommt mit! Jubilee wohnt hier wohl auch irgendwo, vielleicht da oben, man weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall mein nächstes Zwischenziel, das London Eye. Ja, da bin ich ja jetzt. Und wiederum, ich sehe hier keine U-Bahn-Haltestellen, der kann sich natürlich so eine Fahrrad-Rexchar geholt haben. Aber trotzdem, ich bin jetzt knapp 25 Minuten unterwegs. Das schafft er nicht. Nächster Stopp ist Big Ben, ist direkt da drüben. Und auch da, also auf so kurzen Distanzen mache ich den lang. Eben noch da, jetzt schon hier, kann keiner sagen, dass ich betrogen hätte. Also langsam wird es mir auch ein bisschen warm. Und jetzt komme ich halt auch wieder in den Großstadtdschungel rein, mit den ganzen Autos und betönt. Ich möchte mich echt auch kurz orientieren. Nächster Stopp und letzter Stopp ist Buckingham Palace irgendwo diese Richtung. Kann so schwererlich sein, da muss ich nicht gerade vorher überfahren lassen. Ich bin jetzt hier in der Westminster Station angekommen. Ich glaube, ich habe hier ein paar Kilometer, paar Minuten verloren, aber viel wichtiger ist, hier ist jetzt der Big Ben und ich kann mir wirklich vorstellen, dass ich hier ein paar Minuten verloren habe, aber komm mal mit, ich bin hier. Beweis und jetzt geht es weiter. Ich kann mir tatsächlich denken, dass Fabian jetzt leider einen Vorsprung hat. Ich versuche ihn einzuholen und gehe jetzt einfach mal in die andere Richtung, aber bis später. So, ich habe das London-Eier total vergessen, aber niemand hat gesagt, wie nah man dran sein muss. Hauptsache mein Seeds und das ist ziemlich deutlich das Riesenrad. Und jetzt flitze ich dann zurück zum Buckingham Palace und hoffe, dass ich so jetzt ein bisschen Zeit gut gemacht habe. Ich glaube, der Londoner an sich ist ziemlich reich. Jetzt komme ich hier in den Green Park und dann geht es in der Zielgeraden auf die reichsten Leute in diesem Land, die Royal Family. So, rechts gucken und nix. Links gucken und nix. So, ich habe jetzt gerade noch mal mit Google Maps gecheckt. Es ist irgendwie viel schneller, wenn ich das Stück jetzt gehe. Ich habe also so ziemlich jedes Verkehrsmittel irgendwie genutzt und jetzt bin ich per penis unterwegs. Ja, das sagt man nicht mehr. Aber jetzt versuche ich mich auch ein bisschen zu beeilen. Angeblich muss ich mich jetzt hier nur noch runter. Zu Fuß bin ich jetzt hier nicht so ganz. Ich finde aber auch hier eigentlich ganz schön. Alter, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Und angeblich ist es nicht mehr weit, aber ich schaffe das. Das ist eine schöne Tür. So viel Zeit muss sein, ich bin also auf einem guten Weg. Ich hoffe, der Siegesmund schweichelt. Na, und wen haben wir da? Da ist er. Wenn der Dopo da jetzt schon sitzt und einen Tee trinkt, bin ich leicht sauer. Ich habe es auf jeden Fall bald geschafft. Da hinten müsste der Buckingham Palace sein. Hier chillen auf jeden Fall schon ganz viele Leute. Und im besten Fall, da brauche ich noch so drei, vier Minuten und dann habe ich es auf jeden Fall geschafft. Ja! Und ein letztes Mal und dann bin ich da. Tada! Ich sehe auch den Dominik nirgendwo. Von daher erlaube ich mir jetzt einfach mal locker auszutraben und mich dann schön da hinten an die Goldelse zu setzen und dann meinen Sieg zu feiern. Wenn auch alleine. Ich komme jetzt hier am Buckingham Palace an und ich finde, ich war ziemlich zügig unterwegs und schau mal. Ja, klar. Ja, ja. Unser Supersportler. Wie auch immer. Entweder hat er geschummelt oder er war halt einfach wirklich ein krasser Quick-Silver. Komm, reib dich an mir. Ich bin sehr witzig. Mittlerweile ist das Wetter auch wieder schön geworden. So, wie hast du es denn gemacht? Ja, ich bin mit allen möglichen Verkehrsmitteln halt gefahren. Du bist echt nur gelaufen. Du bist auch so ein bisschen Wolverine. Deshalb muss ich jetzt auch die Arme hochmachen, weil es ein bisschen schwitzig ist. So, und du ja, Wolverine. Du bist halt einfach stark. Unterhemd ist auch mehr Wolverine eigentlich als Quick-Silver. Das stimmt. Deswegen gehen die Punkte an mich, weil ich eine Brille trage. Oh! Du warst natürlich viel, viel schneller. Damit hast du jetzt zwei Punkte geholt im zweiten Spiel. Es ist 3-0 und... Boah, das ist hell. Oh! Und jetzt spielen wir noch Spiel Nummer 3. Da geht es um Magie. Du kannst dich erst mal umziehen noch. Ach so, solche Magie. Solche Magie. Dann ziehe ich alles aus. Ja, da geht es. Vergesst alles, was ihr zu wissen glaubt. Ihr seid keine Schüler mehr. Ihr seid X-Men. jurykar. Da geht es om hide. wurde Sekar, wurde��� aus.